Die Heimat der Wookies Die Heimat verbracht haben, ganz allein auf dem Planeten. Dann muss er direkt nach deiner Aktivierung gegangen sein. Erinnerst du dich daran, was Cordova als letztes zu dir sagte? Viel Glück, Lady. Möge die Macht mit dir sein. Ah, das Lock für Kern. Sonst nichts? Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich! Wow. Durchbrechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracker. Kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay? Okay. Okay. Ich sehe gar nichts. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kashig. Es beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt. Oder vertrieben. Das war echt knapp, Kleider. Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillia-Kämpfer. Wookies und Außenwäldler überfallen einen Imperialen-Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Taful ist vielleicht bei ihnen. Taful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben. So wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollten. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracker Kampfläufer verschrottet. Ich kapere ein. Der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain. Kurs auf die Kampfläufer. Wie? Was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey. Tu mir einen Gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Teil des Plans. Wenn du noch übrigen willst, dann tust du ein bisschen jetzt kleiner. Bereit zu schwimmen, bitte? Juhu! 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 Bereit dafür? Das war knapp. Juhu! Wie kommen wir jetzt obendrauf? Okay, go ahead and get's. Bringen wir es zu Ende. Danke, BD. Klettern wir nach oben. Danke, BD. Klettern. 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 Gleich haben wir's. Wir schaffen das. Ihr wisst für uns? Kannst du was machen? Vorsicht! Hör auf, Benni! Ja, ich bin okay. Und du so? Nein, wir machen das nicht nochmal. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Castus. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Ich such jemanden. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Also, wen suchst du hier? Ein Rookie-Häugling namens Tafoul. Tafoul ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist DER Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookie-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Seer? Rhys? Das ist Saw. Und, wie geht's? Was willst du von Tafoul? Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben. Oh. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookie's als Sklaven. Es heißt, einige der Gefangenen dort sollen Guerilla-Kämpfer sein. Ich sollte ihnen helfen. Vielleicht weiß einer, wie ich Tafoul finden kann. Das wär möglich. Hey, Moment mal. Halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff. Toller Pilot. Aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenant und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los! Los! Schön, euch zu sehen. Ja, ich freu mich auch, dich zu sehen. Was für ein Loch. Dein Plan hat geklappt. Und jetzt willst du Saw folgen? Was haltet ihr von Sors Plan? Er steht auf verlorenem Posten. Die Freiheit der Wookie's ist bestimmt nicht sein einziges Ziel. Er wird vertrauenswürdig. Vielleicht ist er das auch. Aber hier geht es um mehr, als wir wissen. Und vergiss nicht, dass das Imperium unfair kämpft. Pass in der Raffinerie gut auf dich auf, Junge. Danke. Ich werd daran denken. Sag Bescheid, wenn du weg willst. Ich werde hier sein. Ach. Dann müssen wir jetzt nicht auf, Junge. Nein. Die nächste Reihe. Die Fremden sind mal wieder. Ich beschwunig. Als ich glück war, ist das für die Stift. Verwunden, aber wir sehen. Ach. Die Fremde bist du schon. So, es müsste am anderen Ende des Grabens sein. Kein Durchkommen. Vielleicht ist hier irgendwas, das hilft. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist das? Vielleicht sind da Ersatzteile. Was ist das? Was ist das? Gut gemacht. Wie viel Strom kannst du leiten? Mit dem Trafo kannst du die Technik des Imperiums kurz schließen. Was suchen wir jetzt? Was ist das? 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 Hey. Vor uns liegt eine imperiale Harzraffinerie. Was will das Imperium denn mit Baumharz? Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung. Wenn du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist. Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium. Was ist das? Verstanden. Pass auf dich auf da drin. Hast du gehört? Er braucht meine Hilfe. Komm, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm sua tief rein, sch Dog. Wki? 3 4 1 Da drüben! Einer der Cutter läuft! Der E-D ist hier! Ich hab's verstanden! Ich hab's verstanden! Ich hab's verstanden! Wookie-Krieger ließen das zurück! Im Kampf gegen das Imperium versteckten sie sich hier! Achtung! An alle Einheiten! Wir haben gerade eben den Kontakt zu Brachstation 119-Brack verloren! Da ist ein Eindringling! Ich hab's verstanden! Du hast ihn uns ordentlich verprügelt! Erledigt den Eindringling! Bleib zurück! Ich schaff das! Da braucht jemand eine Pause! Du kannst es nicht besiegen! Du hast es mit mir zu tun, Jedi! Auf den Punkt! Ich bin nicht besagt! Ich bin nicht besagt! Ich bin nicht besagt! Pass auf! Lass mich auf! Ein Jedi. Dafür bin ich ausgebildet. Ich werde dich leiden lassen. Versuch's nun mal. Du musst dich schon mehr ansp- Du kannst nicht gewinnen. Dein Leben ist verweckt. Los, geht weiter! Ich hab was zu tun. Anscheinend bist du blockiert. Ich kümmere mich drum. So einen Truppler hab ich noch nie gesehen. Du musst die Wookies da rausholen. Los, Bewegung Jedi. Lüftung offen. Los! Eng war's, BD. Flammenkäfer, sie kommen durch die Wände! Auf ihr Nest! Ihre Reinigung! Du, du entkommst mir nicht! Hoffentlich ist Verstärkung im Anmarsch. Wir werden ihn problemlos ausschalten. Weich aus, so viel du willst. Ich versuch's weiter. Ich muss ihn löschen! Sofort! Du, 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 du! Willst du dich wirklich in das Ding einklinken? Okay. Eine Abkürzung? Deshalb wolltest du's verschieben. Davon wusstest du gar nichts richtig. Du wolltest nur den Cutter einschalten. Sollten wir das überprüfen? Der Feind ist über uns. Der Jedi ist geschwäckt. Schleißet ihn aus. Nichts nachlassen. Haltet ihn im Auge. Dieses Tempo. Gleich auf ihn. Werfen hier? Lass dich, Herrpisch. Steh auf und kämpfe! Ich bleib kurz zurück! Was hat er gemeint? Hilfst du mir mal? Vielleicht kann Grease damit was kochen. Oh, na gut. Was ist das, BD-1? Wir haben keine Zeit, der Käpt'n hat gerade gemeldet, dass sie kommen. Das war's. Wenigstens sind wir überlegen. Was war das? Noch ein gekapferter Cutter. Melde aktiven Katarcellenblock. Benötigen sofort Hilfe. Er bricht durch und zerstört alles. Nicht nachlassen. Wir verfolgen ihn. Ich kann gar nicht hinsehen. Nicht hin. Ausweich-Manöver einleiten. Kommt schon, lasst euch nicht von ihm erwischen. Seid ihr noch am liebsten? Jetzt schon. Fast beim Gefängnis. Gut. Wir haben imperiale Notsignale auf dem ganzen Planeten. Holt die Gefangenen da raus, sonst. Wir schaffen das. Versprochen. Sie geht einfach nicht auf. Faktierer. Vielen Dank.